Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Diesmal ist Mummy Ride angesagt. Und zwar mit dem Hänger, aber auch mit dem Shotgun, weil mein Kleiner ist doch schon ein bisschen größer und hat manchmal einfach keinen Bock mehr auf Hänger sitzen. Und dann ist es ganz praktisch, wenn er vorne sitzen darf. Aber jetzt geht es erstmal auf den Radweg. Bereits? Yes! Hui! Hui! Ja, wir sind unterwegs. Läuft bisher Supi. Oder Mietz? Sag was. Ja. Der Kleine liebt es vorne am Fahrrad zu sitzen. Da fühlt er sich wahrscheinlich einfach erwachsener als hinten im Hänger drin. Nur wenn er müde wird, dann ist der Hänger halt super, super praktisch. Und deswegen habe ich den auch noch mitgenommen. Aber generell wollte er lieber vorne bleiben. Da sind wir im Zillertal am See. Die Tour kommt diesmal von der Layla übrigens. Jetzt gibt es alles am Kiosk. Und mein Kleiner ist mittlerweile in den Hänger umgesiedelt, weil er hat eine Runde geschlafen. Es war nur eine ganz kurze, aber besser als gar nicht. In Neudeutsch würde das dann wohl Powernapping heißen. Hast du geschlafen, Spatz? Ja. Bissi? Ja. War gut? Ja. Ist noch müde. Da drüben hat man gar nichts gehört. Ist jetzt aber auch wieder erwacht. Schaut ein bisschen aus wie ein Eskimo. Übrigens ist bei uns trotzdem jausen Zeit. Das gibt es nicht nur am Gipfel, sondern auch unterwegs. Nur es gibt ein bisschen andere Sachen. So mit Löffel und so Zeug. Hier wird der Brei sogar selbst gemalt. Ungesund? Gesund. Naja. Neben dem See gab es da auch noch einen riesigen Spielplatz. Also für Kinder ist es ein echtes Paradies. Und nicht zu vergessen natürlich der Badesee, wo sich mein Kleiner auch nicht abhalten ließ, rein zu hüpfen. Ich habe zwar nicht gefilmt, wo er richtig drin war, aber er war auch ganz drin. Hallo. Hallo, Wasser. Hallo, Wasser. Bei der Rückfahrt hatten wir echt mit krassen Gegenwind zu kämpfen. Aber gut, ich meine, wir waren mit den E-Bikes unterwegs. Von dem her war es ziemlich egal. Und der Kleine wollte trotzdem unbedingt vorne sitzen. Und zum Kontrast sind wir dann am nächsten Tag in die Schiefern gegangen. Ähm, ja, da war er allerdings etwas faul. Vielen Dank. Vielen Dank.